Ein sehr sehr gutes Set, was sich bereits nach der ersten Boosterbox theoretisch schon rentiert, was meiner Meinung nach auf alle Fälle eine Wertsteigerung erleben könnte und was auch an sich sehr sehr schöne Karten hat und das werde ich euch heute zeigen. Und somit heiße ich euch herzlich willkommen zu Sershleife, eurem Pokémon YouTube Channel. Ja, ich habe hier, oder ihr seht hier schon, das Bild Remix Bout ist ein japanisches Set. Ich habe hier jetzt schon auf meinem Patreon-Account darüber ein bisschen berichtet. Ich muss schauen, wann ich dieses Video online stelle. Remix Bout seht ihr schon, wir haben hier Tag Team Karten oder Tag Team Artworks hier am Start. Einmal die Kanto Starter und noch ein paar Baby Starter. Hier zum Beispiel Plip Plup von der vierten Chain, den hatte ich immer genommen da zum Beispiel. Und ja, ihr seht, die Box ist relativ bezahlbar, 39,34 Euro jetzt hier aus Japan bedenkt. Hier zahlt nur mal Versandkosten um die 8 bis 10 Euro, wenn ihr die Box einzeln holt, plus normal 25% Zoll und Mehrwertsteuern. Außer ihr habt Glück und ihr müsst es nicht zahlen, aber das kommt eher weniger vor. Und wir werden uns dieses Set mal genauer anschauen. Dann werden wir auch kurz auf Cosmic Eclipse eingehen und einmal hier Dreamleague. Das hatte ich in meinem letzten Video oder Stand jetzt, 7.2.12. letzten Video, auch kurz euch präsentiert, weil ich finde, Dreamleague ist ein wirklich sehr tolles Set. Ich hatte in meinem letzten Video aber einen Fehler gemacht, nicht zu Dreamleague, sondern ich habe euch gesagt, dass Altered Genesis oder Cosmic Eclipse aus Dreamleague und Altered Genesis besteht. Ist aber falsch, jetzt kommt Cosmic Eclipse oder Welten im Wandel bei uns, besteht aus 3 Sets. Einmal Remix Baut, das ist das hier, was ich euch auch eben hier gezeigt habe und einmal hier. Dann Dreamleague, sehr tolles Set, kann ich auf alle Fälle empfehlen. Oder holt euch die Hits, sage ich mal, einzeln, die bekommt ihr sehr günstig. Und Altered Genesis, ein Set, was ich nicht empfehlen würde. Da habt ihr nicht viele interessante Hits, daher würde ich euch sagen, kauft euch die Karten lieber einzeln, da seid ihr besser dran. So, ja, und eins von diesen 3 Sets ist auch Remix Baut und das kann ich euch auch empfehlen, wie schon gesagt. Ihr seht schon, das ist auch der Grund, warum Welten im Wandel bei uns eigentlich so beliebt ist und jetzt auch eine Wertsteigerung erlebt. Im Moment, hier sehen wir über 200 Euro. Das werden wir uns nochmal genauer anschauen. Hier habe ich auch nochmal die Karten von Remix Baut, die werden wir uns auch nochmal genauer anschauen. Gehen wir mal kurz auf Welten im Wandel ein. Und hier seht ihr, hier haben wir auch die Kantos Starter. Hier auch Glurak und Turtok müsste auch da sein. Wir haben hier ganz viele tolle Karten, tolle Pikachu Karten. Solgaleon, Lunala, GX, sieht auch sehr, sehr gut aus. Und gehen wir mal, das Trio haben wir am Start, Palkia, Dialga. Wir haben wirklich sehr viele beliebte Pokémon, deswegen ist dieses Set auch so beliebt. Und deswegen ist dieses Set auch so teuer jetzt. Auch wir haben hier diese ganzen Secret Rare Karten, die ich auch empfehle. Und das Problem ist aber hierbei, wenn ihr euch ein Display holt, für sehr, sehr viel Geld, über 200 Euro ist, finde ich, wäre mir einfach zu viel Geld. Habt ihr natürlich einige Hits, aber es kann halt auch durchaus vorkommen, dass ihr Hits habt, die ihr nichts wert sind. Sagen wir mal hier, das Libeldra GX, das ist ein cooles Pokémon, ja, aber ein Euro, das rechnet sich nicht, wenn ihr euch eine Box für über 200 Euro holt. Wenn ihr jetzt vielleicht nur schlechte GX pullt oder hier der Boy, dann habt ihr definitiv ein Verlustgeschäft gemacht. Dann seid ihr vielleicht besser dran, die Box healed zu lassen. Wenn ihr aber die Hits haben wollt, die interessanteren Karten, dann empfehle ich euch entweder einmal Dreamleague, weil hier seht ihr auch schon, haben wir die ganzen Secret Rare mit dem Trainercharakter. Oder Remix About, Remix Bout. Und Outer Genesis ist das Set, bei dem ich, wenn ihr das in die schlechten Hits vielleicht drinne, oder Großteil der nicht so coolen Hits. Deswegen machen wir das mal zu. Dreamleague machen wir auch zu, das Video könnt ihr euch gerne anschauen, werde ich hier verlinken. Wenn ich nicht dran denke, schaut bitte auf meinem Channel vorbei. Und jetzt geht es um Remix About. Remix About hat 64 Karten in dem Set. Es ist sehr klein, das heißt, die Chance ist höher, die Karte zu pullen, die man haben möchte. So, jetzt schauen wir uns mal an, die ganzen GX-Karten und Tag Team GX-Karten. Besteht da eine Chance, vielleicht eine andere oder falsche GX-Karte zu pullen? Also wir haben hier einmal das Bisa Floor Tag Team, Glurak Tag Team, Turtok Tag Team und dann haben wir hier das Nobilicat GX als Alolan-Version. Und ja, fertig. Ich glaube, das hier ist schon die erste Secret Rare. Ja, 64 Karten, wie eben gesagt, genannt. Wir haben drei von den vier GX-Karten, sind sehr, sehr gut, sehr, sehr interessant. Wir werden auch noch auf die Werte eingehen, was die so wie die auf Ebay performen. Aber generell sind das sehr, sehr gute Pokémon, die drauf sind. Die Kantos Starter, meiner Meinung nach, gehen immer. Und das sind auch sehr coole Artworks. Leider, finde ich, stören hier die Baby-Starter ein bisschen. Ohne die wäre die Karte noch cooler. Aber trotzdem sind das sehr, sehr coole Karten. Glurak geht immer. Und hier Turtok. Hier steht es Piplup. Sehr, sehr cooles Artwork. Das gefällt mir zum Beispiel jetzt am meisten von den dreien. Und ihr seht, also wenn ihr eine GX-Karte polt, habt ihr wirklich eine gute Chance, eine von den Kantos Starteren GX zu polen, anstatt die Snowbilly-Karte. Schauen wir mal, was die so bringt. Ja, jetzt 150 Yen, das ist jetzt, ja, nicht viel. Und dann schauen wir mal bei den Secret Rare Karten. Und ihr seht, selbst die Secret Rare Karten haben eine sehr interessante Auswahl. Wir haben jetzt hier von den Kantos Startern nochmal zwei Varianten. Das heißt, wir haben dreimal Bisa-Flor-Tag-Team, dreimal Glurak-Tag-Team, wobei diese Karte hier wirklich sehr wertvoll ist. Hier 39 Euro, ungefähr ein bisschen weniger, so 35 Euro für die Karte. Und das kostet die Box. Also wenn ihr die Karte polt, dann seid ihr wirklich sehr gut dabei. Dann haben wir und dreimal Turtok-Tag-Team GX. Das ist sehr, sehr gut. Und nur einmal Snowbilly-Kat-Tag-Team, sage ich. Snowbilly-Kat-GX. Das heißt, die Chance ist wirklich sehr hoch. Das hier, die Kantos Starter aus der Boxpult. Dann haben wir Professor Eich. Das ist auch einer der Trainerkarten, bei denen ich sagen würde, die haben eine bessere Chance, zu gut zu performen, wie jetzt irgendeine Trainerkarte von irgendeinem Typ aus der Chen Irgendwas, zum Beispiel Rollerskater. Wer interessiert sich denn für Rollerskater? Vielleicht jemand, der alle haben möchte, aber so glaube ich nicht, dass diese Karte irgendwie relevant ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine überhaupt gibt. Ja, und ihr seht auch noch die Gold, äh Gold, sage ich, die Rainbow-Karten. Hier auch wieder die Starter und wieder Snowbilly-Kat. Ich hoffe, wenn ihr euch eine Box holen solltet, ihr pullt nicht dreimal die Snowbilly-Kat-Karte. Das wäre wirklich sehr schade. Aber rein mathematisch gesehen habt ihr wirklich, wenn ihr eine GX-Karte pullt, ähm, wirklich eine sehr, 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 sehr gute Chance, dass ihr einen Kantos Starter erwischt. Und eigentlich ist es fast egal welchen, weil auf den Wert kommen wir gleich ein, weil eigentlich alle dieser Karten einen guten Wert haben. Eine ist ein bisschen wertvoller als die andere natürlich, aber trotzdem. Wir gehen nochmal hier, ähm, auf die Box ein. Wir haben in dieser Box 30 Booster mit 5 Karten. Das ist jetzt wieder eine 5er Booster, äh, Box nenne ich sie, oder 7er. Das war Legendary Heartbeat. Was ist der Unterschied zwischen 5 Karten pro Booster und 7 Karten pro Booster? Da wir hier nur 5 Karten pro Booster haben, müsst ihr davon ausgehen, wenn ihr einen Booster eröffnet, dass ihr auch mal gar keine Hits habt. Also, sprich, auch gar keine Holo-Karten, sondern einfach nur normale Kamen- und Ankamen-Karten. Das kommt leider vor. Das ist halt einfach so, wenn ihr jetzt eine Box mit 7 Karten habt, wie Legendary Heartbeat oder Legendary Pulse genannt, dann habt ihr zum Beispiel immer minimum garantiert eine, eine Holo-Karte. Ja, okay. Und, aber trotzdem ist eigentlich immer garantiert, dass ihr eine gewisse Anzahl an Hits habt. Und wer selbst, wenn ihr einen Hit habt von den Startern, hat sich das schon eigentlich fast rentiert, weil die meisten haben so einen guten Wert, dass ihr mindestens, glaube ich, die halbe Box schon, ähm, wieder rausgehauen habt. Und ihr habt noch den Spielspaß, plus ihr zieht ja noch mehr Karten, also die ganzen Holos. Und vielleicht zieht ihr ja noch eine zweite GX-Karte. Und dann ist es schon vorbei, dann habt ihr eigentlich schon gewonnen. Oder wenn ihr eine GX-Karte pullt, sagen wir mal Bisa Floor, und ihr gradet die, und die sind in der Regel PSA 9 oder 10 Zustand, weil die japanischen Karten einfach, das muss man sagen, in einem viel, viel besseren Zustand sind, wie die deutschen oder englischen. Die sind vom Centering in der Regel fast immer in einem 10 von 10 Zustand. Kratzer oder so ein Mist haben die auch nicht. Und da passieren einfach viel, viel weniger Fehler. Und deswegen sind eigentlich auch koreanische Karten, äh, von der Qualität her, muss man einfach sagen, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da jetzt, äh, viele der anderen Meinung sind, aber von der Qualität her auch sehr gut. Und, ähm, natürlich sind die deutschen, englischen auch sehr wertig. Äh, wenn wir jetzt alle Kartenarten mit den chinesischen vergleichen, mit diesen billig, äh, Fake-Karten, die man leider zu oft auf Ebay sieht, da werde ich vielleicht auch ein Video machen, weil es gibt Fake-Klurak, äh, Wii, Shiny-Karten jetzt von, äh, Shiny-Star-Wie, aber ja. So, okay, äh, muss ich mir denn stehen geblieben. Wir waren jetzt hier bei den Karten. Okay, ich würde sagen, dann springen wir nochmal auf Ebay. Hier seht ihr nochmal einmal Welten im Wandel. Wenn ihr keine Probleme habt, äh, mit japanischen Karten und ihr habt es vor, ähm, ein bisschen zu investieren, ein bisschen was rauszuholen, dann würde ich euch tatsächlich, anstatt Welten im Wandel, was wirklich ein sehr tolles Set ist, ähm, Cosmic Eclipse einmal. Einen Moment. Ah ja, genau, das ist ja Welten im Wandel, mein Fehler. Remix Bout, das ist einmal, gehen wir mal ganz zurück, so. Remix Bout und, ähm, Dreamleague empfehlen. Das sind eigentlich die zwei japanischen Sets, die die schönen Hits haben aus Cosmic Eclipse, Welten im Wandel. Und wie immer, ich sage das auch sehr oft, ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann der Tag kommen wird. Das wird aber noch definitiv ein paar Jahre dauern. Da werden die japanischen Karten einfach mindestens so wertvoll sein, wie die deutschen oder englischen, weil die in der Regel immer nur so halb so viel kosten. So, gehen wir mal hier eins hoch. Äh, Display machen wir noch 36. Vielleicht bekommen wir hier ein paar Angebote. Ihr seht, über 200 Euro bei vielen Shops, ähm, sind die oft ausverkauft. Natürlich waren sie da günstiger, aber 151 Euro, 9. September, okay. Gehen wir mal auf, ähm, weltweit. 194 Euro, das ist aber definitiv nur für eins. Ähm, hier steht auch Display 36, sonst hätte er erst mal drei genommen. Das sind auch so Angebote, naja, hätte man anders machen können. 9. September, das ist schon etwas älter. Hier haben wir, okay, das ist jetzt diese Karte. Leider haben wir 188 Euro Großbritannien. Okay, die werden tatsächlich nicht so oft auf Ebay gekauft eigentlich. Ähm, gut. Gehen wir mal auf die Karten ein. Ich würde noch sagen, gehen wir mal auf die Remix Baut, die japanische Box noch ein. Hier seht ihr, werden oft die Booster einzeln verkauft. Frage ich mich jetzt, warum? Sind das jetzt die koreanischen? Nein, nein, ähm, Japan. Wir wollen die japanischen haben. Und hier, japanische Booster, 3,10 Euro. Mit Versand seid ihr bei 4 Euro pro Booster dabei. Aber bedenkt, wie gesagt, wir haben hier die 5er Booster. Und das ist schon sehr, sehr teuer. 4 Euro. Dann seid ihr bei 120 Euro, wenn ihr euch so die Box holen würdet. Über die Booster. Und ihr habt keine Garantie, dass ihr die Hits habt. Weil aus einer Box ist immer eine Hit-Garantie. Aber wenn ihr euch einzelne Booster holt und ihr habt Pech, dann sind das immer die schlechten Booster. So, hier seht ihr einmal das erste Angebot. Also 56 Euro mit Versand aus Japan plus nochmal Zoll und Steuern. Nochmal ein Viertel drauf ist sehr, sehr teuer tatsächlich. 46 Euro. Aber alle machen sie mit Versand. Das ist schon heftig eigentlich. 45 Euro. Gehen wir hier noch schnell drüber. Niedrigster Preis, höchster Preis. Dann können wir ein bisschen runterscrollen. 95 Euro. So, das sind jetzt etwas höhere Sprünge. Okay. Also das ist tatsächlich die günstigste Box auf Ebay. 51 Euro. Oha, 53 verkauft. Das ist ja schon nicht schlecht. Aber dann seid ihr besser dran, wenn ihr vielleicht beim japanischen Shop kauft. Weil hier müsst ihr nochmal berechnen. Sind meistens 10% Ebay-Gebühren noch drauf. So, jetzt gehen wir noch schnell auf die Karten ein. Und dann sind wir auch fertig mit dem Video. Ich habe hier einen Händler gefunden. Der bietet jetzt die ganzen Kanto-Pokémon hier an. Das ist sehr cool eigentlich. Die Karte wirkte auf mich im ersten Moment gefakt. Aber ich meine, die ist echt der Händler. Moku Toys. Ich meine, da habe ich sogar schon mal bestellt. Und hier generell. Und generell, wenn ihr auch über Paypal kauft, dann seid ihr auch super abgesichert. So, hier seht ihr schon die Tourtalk-Piplup-Rainbow-Karte. 35 Euro. Und natürlich muss ich dazu sagen, das sind Händlerpreise. Ihr könnt die Karten auch günstiger schießen. Aber ihr habt ungefähr einen Eindruck, in welchem Preisrahmen die Karten sich vielleicht befinden. Das ist jetzt halt eine grobe Übersicht. Wir haben nochmal die Karten hier einzeln. Hier nochmal 30 Euro. Die sieht so nice aus einfach. Die Karte generell. Knet-Artworks-Karten finde ich sehr, sehr gut. Dann haben wir hier Glurak. Und hier 65 Euro. Das ist etwas teurer. Die bekommt ihr safe günstiger. Vielleicht auch auf einer anderen Plattform. Vielleicht auch mal einen japanischen Händler. Da müsst ihr einfach euch ein bisschen durchfuchsen. Aber ihr seht, es ist schwer, die Karten einzeln zu holen. Weil da zahlt ihr quasi nicht viel weniger, wie wenn ihr euch die ganze Boosterbox holt. Ihr habt ja schon gesehen, bei den GX-Karten, da das eigentlich nur Kantos-Starter als GX-Karten gibt, bis auf das Nobilicat, ist das nicht unwahrscheinlich, dass ihr eine von den Karten pullt. Hier seht ihr auch nochmal die ganze Glurakollektion. Das ist zum Beispiel bei 82 Euro, aber mit Versand. Könnt ihr euch ausrechnen, was rentiert sich, was rechnet sich, die Karten einzeln zu holen. Oder hier, so wie sie da sind. Aber im Gegensatz zu Shiny Stavi, bei denen ich euch empfohlen habe, oder empfehlen werde vielleicht, je nachdem, was zuerst rauskommt, das Shiny Glurak vielleicht einzeln zu holen, finde ich es doch besser. Holt euch in der Box, öffnet die, bekommt ein Gefühl dafür und dann seht ihr, okay, wie gut ist die Pullrate. Und dann könnt ihr noch immer sagen, ich würde mir die Karten einzeln holen. Aber die Chance ist halt wirklich nicht schlecht, oder eigentlich schon ganz gut, dass ihr eine von den Kanto-Pokémon pullt. Hier seht ihr auch nochmal die Glurak-Karte, um die 32 Euro, gehen wir mal auf Verkaufte Artikel. 186 Euro PSA 10, könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr das Geld überhabt. Aber wenn ihr jetzt die Karte, hier 25 Euro ungefähr, wenn ihr jetzt aber die Karte aus dem Booster pullt, habt ihr in der Regel wirklich einen guten Zustand. Ja, 12 Euro. Ich habe mich jetzt entschieden, die Shipping-Kosten zähle ich jetzt mit rein in den Kartenwert, vielleicht auch nur die Hälfte, weil es gibt viele Anbieter auch aus Japan, die machen es zum Beispiel ohne Versandkosten und sind nur minimal teurer. Das ist auch oft so auf Ebay, dass man hofft, dass der Käufer die Shipping-Kosten irgendwie nicht beachtet und dann verdienen die so ein bisschen noch was dazu und dann versenden sie und zahlen eigentlich nur halb so viel Shipping-Kosten. Deswegen, so viel dazu, aber hier seht ihr 7 Euro, das gibt natürlich auch immer wieder mal Ausreißer, aber trotzdem sind das sehr, sehr gute Karten und das sind halt Karten, die kann ich mir gut vorstellen, dass die irgendwann mal gut performen, weil ich, das ist ja kein Geheimnis, dass das beliebte Pokémon drauf sind. So, jetzt haben wir hier einmal, habe ich hier Remix Baut Venusaur, das Bisa Floor. Hier seht ihr jetzt die Karte für 9,47 Euro, tatsächlich etwas günstiger, ihr seid dann bei 12 Euro. Das ist jetzt ungefähr ein Drittel, würde ich sagen, von der Booster-Box ohne Versandkosten. Das ist zum Beispiel auch ein cooles Angebot, alle vier Bisa Floor-Karten, aber dann werdet ihr euch vielleicht ärgern, wenn ihr tatsächlich mal eine Box öffnen solltet, dann seht ihr vielleicht eine von denen. Deswegen, das ist an sich ein cooles Angebot, wenn ihr gar nicht vorhabt, die Booster-Boxen zu öffnen, aber wenn ihr vorhabt, Booster-Boxen zu öffnen, dann würde ich vielleicht von denen abgreifen und euch die Karten komplett einzeln holen, wie hier. Das gibt es auch mal günstiger. Ja, das können wir mal wegmachen, das hier auch. Jetzt haben wir hier Turtok, bekommt ihr tatsächlich für 10 Euro schon. Hier auch etwas über 10 Euro, ihr merkt halt schon, die Lura-Karten, das sind die, die ihr eigentlich pullen wollt, das sind die wertvollsten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Lurak genau die gleiche Seltenheit hat, also genauso schwer zu pullen ist, wie die anderen zwei. Und ja, die Chance ist halt 2 zu 1, dass ihr eher eins von den anderen pullt. Hier seht ihr zum Beispiel alle drei, das ist jetzt halt schon etwas teurer, das sind jetzt 35 Euro. Ist theoretisch fast eine Box ohne Versandkosten und Zoll, aber haltet euch das in meinem Hinterkopf. So, hier habe ich auch noch die drei Goldkarten mit reingenommen, die zeige ich euch nochmal ganz kurz. Hier das hier. Wir haben auch drei Goldkarten, es sind jetzt leider nur Trainer-Goldkarten, daher erwartet da jetzt keine krassen Werte, aber das ist glaube ich die wertvollste. Ähm, seht ihr auch, wenn ihr die Goldkarte pullen solltet, bei so einem kleinen Set, natürlich sind die Goldkarten selten, aber bei einem kleinen Set habt ihr einfach bessere Chancen. Bei Welten im Wandel habt ihr jetzt zum Beispiel die Chance nicht, deswegen ist die Karte auch wieder ein bisschen wertvoller. Aber, ich glaube, das müsste ich euch nicht erklären, dass eher die Pokémonkarten begehrt sind als die Trainerkarten. Das sind eher so für die Hardcore-Sammler. Die sind glaube ich auch etwas schwerer zu verkaufen. So, und das ist die letzte Karte, die letzte goldene Karte, die seht ihr, die kriegt ihr sehr günstig für etwas über 10 Euro. Ihr zahlt nicht mal Zoll- oder Mehrwertsteuer, das ist auch ganz cool eigentlich. Ähm, aber die reizt mich jetzt zum Beispiel gar nicht. Also, ich empfinde bei sowas halt keine Emotionen wie bei einer Pokémonkarte. Machen wir das mal weg. Und das können wir auch wegmachen. Und, ja, okay, jetzt haben wir alle Karten weggemacht, dann machen wir das hier einmal. Ja, ihr könnt ja gerne kommentieren, wie ihr das Set findet. Ähm, ich habe jetzt glaube ich ein bisschen viel gelabert. Ähm, kann mir auch vorstellen, dass das Video vielleicht nicht bei so vielen jetzt so ankommen wird, oder dass sich so viele dafür interessieren. Ähm, aber ich finde, das ist wirklich eine underrated Seite. Wir haben wirklich eine gute, faire Chance, wenn ihr eine GX-Karte pullt, dass es eine von den Kanto-Startern ist. Ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie kaum geöffnet wurde oder wird. Vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen. Das war letztes Jahr im Juli, ähm, bevor halt Hidden Fates zum Beispiel rauskamen. Ähm, aber generell sind halt japanische Sets in Deutschland bisher noch immer so eher eine Nische, würde ich sagen. Ähm, aber man merkt trotzdem, dass die immer mehr und mehr in Deutschland ankommen. Ähm, was ich auch an sich gut finde, was aber natürlich auch den Preis steigen wird. Und irgendwann wird der Preis so weit steigen, dass wir mal den Break-Even-Point haben und dass die japanischen Karten vielleicht mal wertvoller werden wie die deutschen. Das würde ich mir auf alle Fälle mal wünschen, weil ich generell japanische Karten auch viel schöner finde, ästhetischer finde. Und, aber das ist natürlich nur meine Meinung. Wenn euch japanische Karten jetzt gar nicht ansprechen, dann ist das für euch nicht hier relevant. Aber ich wollte euch das Set auf alle Fälle mal zeigen. Eine gute Alternative zu Welten im Wandel, meiner Meinung nach. Weil ihr eigentlich die geilen Hits habt aus dem Set. Und hier nicht, ähm, Volkanio, Volcarona. Das sind vielleicht coole Pokémon, aber die Karten, die bringen es einfach nicht, wenn man jetzt wirklich vorhat, ähm, Geld rauszuhauen. Und ich glaube, man ist ein bisschen enttäuschter, wenn man jetzt sowas zieht wie die Glura-Karte. Okay, Leute, dann war's das mit dem Video. Ich hoffe, das war für euch informativ. Ich muss schauen, wann ich dieses Video hochlade. Ähm, ja, wie gesagt, das habe ich jetzt schon auf Patreon hochgeladen. Solche Themen mache ich auf Patreon. Ihr seht jetzt ein bisschen jetzt schon mal. Solche Themen mache ich gerne auf Patreon. Äh, in Textform mit Bildern muss ich schauen, wie ich das mit Videos mache. Ähm, zu Patreon werde ich aber nochmal eingehen. Oder habe ich vielleicht schon gemacht. Ich muss mal schauen, wann ich welches Video hochladen werde. Ob ich jetzt dieses Video heute hochlade, morgen oder in einer Woche, ich glaube, ich werde da auch nicht viel reißen. Aber ich habe mir einiges vorgenommen für das nächste Jahr. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kündige das in jedem Video an. Aber ja, okay. Äh, umso mehr Leute davon erfahren, umso besser, weil das betrifft halt komplett die, äh, Community. Dann war's das mit dem Video. Ich hoffe, das war für euch informativ. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Und ciao. So. So.